Der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich 3 zu 0. Schalke gewinnt zu Hause 3 zu 0. Aber war das souverän? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube Kaiserslautern hat sich selber kaputt gemacht mit den beiden roten Karten. Aber beginnen wir erstmal von Anfang an. Es war Terodde, der die Schalke 1 zu 0 in Führung brachte. Flanke in den Strafraum. Man lässt Terodde eigentlich kaum Platz, aber halt diesen gewissen Platz zu viel und trotzdem kann er sich durchsetzen 1 zu 0 durch Terodde. Man kann nicht mal sagen, dass man ihn nicht gedeckt hat, aber ihm reicht halt auch ein kleiner Raum, der ihm gegeben wird und das war halt leider der Fall. Dann kurz vor der Pause war es Lute, der, ich weiß gar nicht, was da in ihm vorging oder ob er da einen Aussetzer hatte, holzt den Schalker um. Rot runter vom Platz da mit Kaiserslautern in Unterzahl. Das 1 zu 0 blieb bis zur Pause. Nach der Pause war es nicht unbedingt besser, weil Tomiak auch noch eine rote Karte kassiert hat. Demnach Kaiserslautern nur noch mit 9 Spielern bzw. mit 8 Feldspielern. Und man muss aber trotzdem sagen, sie haben sich teuer verkauft, hatten sogar Gelegenheiten auszugleichen und das ist schon peinlich für Schalke, dass sie das 2 zu 0 nicht machen konnten. Dann eine kuriose Szene, hätte eigentlich Eckberg geben müssen für Kaiserslautern. Im Gegenzug macht Karamann das 2 zu 0, da war das Spiel durch und trotzdem blüht Kaiserslautern nicht auf, haben dann am Ende aber leider die Räume zu offen gehabt und haben dann durch Lastman nochmal einen wunderschönen Gegentreffer kassiert. Trotzdem Hut ab vor Kaiserslautern. Wie fandet ihr das blöd? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.